So, wo kommst du denn gerade her? Ja, ich komme aus Leipzig und komme jetzt eigentlich von dir aus dem Tonstudio. Wer ist denn? Die Leute sehen mich doch nicht. Ach so, verdammt! Ich war aber heute beim Onkel Mike bei Herrn Röttgens Einsingen im Tonstudio. Da sagte Hartmut und jetzt habe ich Hunger. Die Jungs wollen nichts essen, aber ich. Essen geht immer. Und was gibt's? Nach den schweren Einsingenübungen. Vier Stunden haben wir gesungen. Vier Stunden. Guck mal, es geht weiter. Der Einsang. Und jetzt gehen wir, wo gehen wir denn ins Brauhaus? Ins Brauhaus. Millie hat ein neues Auto. Bier und eine Haxel. Hier ist noch das Foto. Nicht fast für den Einsam sagen, das ist neu. Scheiße. Millie hat ein gebrauchtes Auto. Jetzt fahren wir hier rechts und gehen. Lecker essen. Sag mal Tschüss. Tschüssi, viel Spaß. Schönen Abend noch. Wo ist denn hier rechts?